Einen wundervollen guten Tag wünsche ich euch und willkommen zurück zu einem weiteren News-Video. Heute mit einem ziemlich extremen News-Video und zwar geht es um die Sicherheit von Linux. Und zwar ist dort eine Schwachstelle in der sudo-Funktion bzw. im sudo-Command aufgetaucht. Was ziemlich beeindruckend ist, weil, naja, sudo ist eine der wichtigsten Funktionen in Linux, also eine der wichtigsten Sicherheitsfunktionen, weil mit sudo kann man sich als einen anderen User ausgeben und in dessen Namen Befehle ausführen. Das ist insofern wichtig, weil man mit sudo zum Beispiel auch als Administrator irgendwelche Befehle ausführen kann. So, jetzt zeige ich euch erstmal ganz kurz, was dabei passiert und dann erkläre ich euch, warum das so schlimm ist. Der Angriff im Endeffekt funktioniert insofern, indem wir hier einfach sudo benutzen, minus u und jetzt Achtung, Hashtag minus 1 bzw. Nummer minus 1 und dann geben wir einfach mal die ID aus. Und was das tut ist, wir wollen uns das gleich mal ganz genau angucken. So, und wir sehen hier, die ID ist 0. Das funktioniert genauso, wenn wir hier statt minus 1 42, 94, 96, 72, 95 benutzen, dann haben wir auch die ID 0. So, was genau habe ich da gerade gemacht? Nun, mit sudo kann ich zunächst einmal mich als einen anderen User ausgeben. Okay, das ist quasi der sudo-Befehl dafür. Jetzt habe ich hier gesagt, ich möchte mich als User minus 1 ausgeben, also der User mit der ID minus 1. Oder, was dasselbe ist, weil wir hier ein Overflow haben, also wenn wir minus 1 machen, die Zahl muss immer größer gleich 0 sein. Das heißt, wenn wir minus 1 rechnen, landen wir quasi bei der größtmöglichen Zahl. Und diese größtmögliche Zahl ist eben diese Zahl hier. Das heißt, die beiden Commands sind identisch, weil wir hier einen Overflow haben. Und wir geben uns somit als der größtmögliche User aus. Und danach geben wir einfach mal die User ID aus. Also das hier ist im Endeffekt der Befehl, der dann in dessen Namen ausgeführt wird. Der Witz daran ist allerdings jetzt, dass der User minus 1 oder der User 42, 94, bla, 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 definitiv natürlich nicht der Root-User ist. Theoretisch. Praktisch haben wir hier allerdings die ID des Users ausgegeben und das hier sollte diese ID sein. Also wenn ich hier ID minus 1 ausgebe, sollte ich eigentlich diese 42, 94, bla, bla, bla ausgegeben bekommen. Was ich allerdings ausgegeben bekomme, ist die ID 0. Und die ID 0 ist für Sudo, also für den Root-User, also für den Administrator zurückgelegt quasi. Sprich, ich habe diesen Befehl hier ID minus U als Administrator ausgeführt, obwohl ich mich als User 42, 94, 96, 72, 95 ausgegeben habe. Und das ist ein Riesenproblem, denn dieser User hier, der sollte natürlich nicht unbedingt Administrator-Rechte haben. Jetzt, wann kann das zu einem Problem werden? Wenn ich zum Beispiel eine Datei, und das kann ich euch leider nicht zeigen, weil ich hier auf meinem System gerade bin. Aber wenn ich eine Datei für alle User freigebe, also jeder darf sie ausführen, außer Root, der Root-User, also der Administrator, darf diese Datei nicht ausführen. Also irgendwelche ausführbaren Dateien, wie zum Beispiel ein Texteditor, zum Beispiel. Dann ist das sicherheitstechnisch sinnvoll, weil man zum Beispiel nicht möchte, dass Systemdateien überschrieben werden können. Oder Dateien, also zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen Texteditor als Root-User aufrufe, dann kann ich alles überschreiben. Auch die Dateien in eben gefährlichen Verzeichnissen, wie zum Beispiel ETC und dann, keine Ahnung, andere Dinge. Das heißt, ich kann Dateien ändern, die ich eigentlich nicht ändern sollte. Das heißt, was man häufig oder hin und wieder mal macht, ist, man gibt einfach diese Texteditoren nicht für den Root-User frei, damit es gar nicht erst passieren kann. Mit diesem Befehl kann ich jetzt allerdings natürlich, indem ich hier einfach sage, hey, ich möchte jetzt zum Beispiel V ausführen, kann ich V als Sudo, also als Root-User ausführen und habe somit natürlich die Administrator-Rechte, obwohl in meiner Konfigurationstatei drinstehen könnte, dass der Root-User, also der Administrator, gar keinen Zugriff auf V hat. Das heißt, ich führe etwas als Administrator aus und das System denkt aber, es ist nicht der Administrator. Aber ich habe Administrator-Rechte, okay? Das heißt, das ist ein riesiges Problem und wird hoffentlich relativ bald gefixt. Ja, ziemlich interessant, aber dadurch, dass das jetzt natürlich bekannt ist, kann man relativ sicher davon ausgehen, dass das in ein paar Tagen spätestens gefixt ist und ja, ich denke, da sind auch wirklich alle hinterher, die Sudo entwickeln. Gut, das war es von meiner Seite mal wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.